Und wie sich diese Aussichten verwirklichen lassen, darüber sprechen wir mit Andreas Waldraff, dem Leiter des German Indian Roundtable hier in Berlin. Ganz herzlich willkommen. Guten Tag, Frau Binn. Im Rahmen Ihres Netzwerkes treffen sich Unternehmer aus beiden Ländern an verschiedenen Standorten in beiden Ländern, um die Wirtschaftsbeziehungen zu verbessern. Sie reisen auch viel in Indien herum. Was genau ist es denn, was Sie an diesem Land fasziniert? Also seit meiner ersten Landung in Indien vor 20 Jahren bin ich begeistert. Farben, Gerüche, Menschen, Geräusche. Es ist einfach eine umwerfende Umgebung, die uns hier im Abendland nicht so vertraut ist und desto attraktiver sein kann. Ein bisschen sachlicher wird es dann im Arbeitsbereich. Was genau sind die Probleme, die deutsche Unternehmen zum Beispiel haben, wenn sie sich in Indien ansiedeln oder angesiedelt haben? Ich glaube, diese anfängliche Begeisterung muss man sehr schnell zügeln. Man muss die Hausaufgaben machen, um also da nicht plötzlich in Situationen hineingetragen zu werden, die einem in anderen Kulturen vielleicht gar nicht passieren werden, weil man nicht so begeistert gewesen wäre. Das Arbeitsrecht ist schwierig. Es gibt Landfragen, die schwierig sind. Es sind Fragen in der Infrastruktur, die sicher eines der großen Hemmnisse sind. Verfügbarkeit von Energie, Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften, technische Infrastruktur, Hafenanlagen, Transportstraßen, alle diese Dinge sind schwierig. All diese Punkte hat ja der neue Premierminister Modi angekündigt, verändern zu wollen und anzupacken. Das hat er ja auch auf der Hannover Messe jetzt am Sonntag bei der Eröffnung mit Angela Merkel sehr klar deutlich gemacht. Und er hat ganz entscheidend dafür geworben, dass deutsche, auch deutsche Unternehmen in Indien investieren. Und Make in India diesen Begriff auch nochmal sehr stark hervorgehoben. Kann denn Modi diese Versprechen auch einhalten? Also wir alle in diesem deutsch-indischen Wirtschaftszusammenhang hoffen, dass diese Erwartungen, die Modi jetzt geweckt hat durch die Wahl, auch durch die knapp zwölf Monate seit der Wahl, dass die in Erfüllung gehen. Die Chancen sind gut. Ich halte ihn nach demjenigen, was ich schon weiß, für einen außerordentlich pragmatischen und vermutlich erfolgreichen Mann, der einen zweiten Sprung in Indien bewerkstelligen kann, nach dem von 1991 unter seinem Vorgänger Manmohan Singh, der damals Finanzminister war. Wir haben jetzt im Beitrag gerade eben auch schon gesehen, dass sich ja doch auch in der Arbeitswelt einiges verändert. Was würden Sie beschreiben, was anders wird? Vielleicht auch das Ansehen von Arbeit in Indien? Ich glaube in der Tat, der Begriff Labour im indischen Englisch ist auf der nach unten offenen Skala, also am ziemlichen Endpunkt. Und da muss sich was tun, denn alle Bemühungen mit Trainingsprogrammen helfen nicht weiter, wenn der Begriff Labour so negativ besetzt wird. Und es gibt in der Tat zwischen der oberen Ebene Management trainiert in USA, in Europa und der unteren Arbeitsebene. Da ist ein großer Bereich, den wir in Deutschland mit dem Begriff Facharbeiter gefüllt haben, der in Indien noch eine Vakanz ist, die man jetzt füllen muss. Und Modi ist ja genau in diesem Punkt sehr pragmatisch und hat Angela Merkel und Deutschland um Hilfe gebeten, dass man duale Elemente auch in diesen indischen Bereich reinbringt. Jetzt wollen wir zum Schluss aber nichts außer Acht lassen, dass es sicherlich auch Qualitäten gibt, die die Inder haben. Welche wären das? Die Begeisterung, Aufgaben zu erfüllen, ist unglaublich. Die Fähigkeit zu improvisieren, natürlich ist es sprichwörtlich. Und bei den richtigen Partnerschaften und Beziehungen, die Vertragstreue ist außerordentlich gut. Die Voraussetzungen sind, dass man sich kulturell auf der gleichen Ebene getroffen hat. Sagt Andreas Waldraff vom German Indian Roundtable. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön.